Ich muss nur beim ersten Mal durchkommen, Alter, dann ist das viel leichter schon für mich. Warte, kannst kurz jucken. Jeder, der mich kennt, nennt mich gestört. Es stimmt, ich bin Killer wie englische Mörder. Nein, die waren... das war mies. Oh, Mensch, ich hab grad nicht hingekuckt und drück hier so aus, denn das bin ich nicht für einer. Puh, zum ersten Mal hat mich der getroffen und ich fall wieder runter und ich schieße jetzt direkt mal so, zack, zack. Ich lauf mal in den Schuss rein, ich wollte hier unbedingt getroffen werden, das war mein Plan. Ich drück, ich drück den falschen Knopf. Nein. Ich weiß nicht mehr, was das lobe kann, also brauch ich da auch nicht mehr zu... Ich brauch aber mein Leben jetzt, noch ein neues Leben, das wär gut. Ich kann sein, dass ich diese roten Punkte auch ein bisschen Leben dazugeben oder sowas. Ich sammle die jetzt mal. Scheiße, nicht ein. Den da zumindest nicht. Nein. Nein. Wenn das Video irgendeiner sieht, ne? Wenn das irgendeiner sieht. Wenn das jemand sieht und weiß, was diese roten Punkte und dieses Blaue da alles kann, bitte schreibt das als Kommentar dahin. Das wär mir mal sehr scheiße, das wär mir mal sehr hilfreich, glaub ich. Ich hab' den Leben gefunden. Zum Glück mir hier runtergefallen. Das war schon mal weg. Das war schon mal weg. Ja. Hhh 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 mann bin ich grad ruhig gewesen ey. Boah direkt 2 mit Leben. Was für ein Glück. Jetzt komm ich hoffentlich mal durch. Jeder der mich kennt nennt mich gestört. Ich drehte dich beim Kierlager wie englische Mörder. Ich drehte deine Tür um und sterbe. ein ohrbohr das war mal gut ich fand die das war doch ganz gut, komm schon, Applaus bitte, Spaß Ich sag mal, das ist trotzdem. Obwohl ich nicht mal weiß, was das kann, das zieht mir vielleicht sogar Leben ab. Nein, glaub ich, zwar nicht, aber... Kletter... Ich meine, geh weg. Kletter, geh weg. Ist das selber? Oh mein, das hat mir tut weh. Und ich bin voll Blüten. Was ich manchmal für ein Glück habe. Duuuh! Duuuh! Fuh! War ja knapp. und der wieder einnehmen habe ich schon noch das heißt nicht einmal noch gegen ihn kämpfen kann so 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 Ach, Leben! Warum kommt das jetzt erst? Da war jeder bei vielen an dem Schuss, ne? So, letztes Leben, jetzt kommt's, jetzt muss ich's schaffen. Und ich wurde getroffen, super, ich kann's vergessen. Ich kann's doch nicht vergessen. Trotz allem, ich kann's doch nicht vergessen. Gut, jetzt, jetzt kommt's, jetzt muss ich mich anstecken, jetzt kommt's schon. Nein, juckt, jetzt juckt! Nein, 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 das war so gut, das war so gut! Ich hab mir aus dem Haar ausgerufen. Oh, ich hab noch ein Leben! Nein! Nein! Oh, oh, oh! Mann! Nein, Mann! Oh, Mann! Mann, oh! Ich hab so knapp, war das halt auch nicht schicken! Ich kann noch ein Leben, Mann! Ich bin grad voll am zittern! Nein, bin ich nicht, aber egal! Oh, schieß, 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 schieß! Schieß! Super! So! Ey, was geht denn jetzt? Der hat jetzt viel mehr gesprungen als eben! Ey, wenn ich jetzt nochmal ein Leben daraus kriege, ne? Scheiße, ich verliere sogar noch ein Leben daraus! Danke! Gerade ist es auf meiner Seite ein bisschen gewesen! Nein! Wenn ich nicht gegen ihn gesprungen wär, Mann! Fick dich! Boah! Komm! B-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G! Man, ich hab wirklich nicht gerecht, wie dein Battle für Mars! Mann! Und... Ich spende jetzt gleich erstmal die Aufnahmen mit Megaman für heute, da ich... ...jetzt auch keine Lust mehr habe, noch vier... ...Stück, wieder... ...vier Teile davon jetzt zu machen... ...und das alles so an einem Anlauf, so... Nein, oh Mann, ich bin so doof, ich bin so doof, ich bin so doof, ich bin so doof... Boah, bin ich blöd, alter... Ich dachte, wenn ich so sage... ...und ich... ...naja... ...sie was, danach versuche ich mal einen... Ich habe übrigens in den Haken geguckt... ...der und... ...also hier... ...Cutman und... ...Cutsman sind die schlechtesten, die ich... ...also schon versucht habe und... ...immer gestorben bin. Sind also die schlechtesten. Geh weg, geh weg! Geh weg! Ja, das sind die schlechtesten und ich schaffe sie nicht. Darum versuche ich gleich mal einen sehr starken, glaube ich... ...einen Versuch mal in deinem Leben... ...und dann... ...rechtest erstmal in den Aufnahmen... ...denken. ...und dann... ...man... ...jaa... ...ich kletter noch rein... ...stirb! Leben! Mittag kommt Lebensaufwürde und ich sterbe, ey. Nochmal von Anfang an! Abgekehrt die Party und die Party gehabt. Oh ne, ich schaffe das, jetzt. Das ist irgendwas Gutes. Meine Fresse. So, der... Warte mal, ey, sonst kam gleich wieder drei. Ey. Pro Gamer. Pam. Also bitte nicht vergessen... Oh nein! Oh meine Antenne kommt auf mich zu. Ähm, drunter zu schreiben, was die roten und die blauen Dinger können machen. Dann denke ich mal jetzt... Gehe ich mal runter, dann weiß ich auch...